Sie benötigen eine Plattform, wo Sie alle Ihre Schüler kostenlos benachrichtigen können? Nehmen Sie Facebook! Wollen wir nicht doch lieber Lernsax nehmen? Das ist weniger brutal. Halt! Stopp! Wir fangen doch mal von vorn an. Gebt mir ein L! L! Gebt mir ein E! 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 Gebt mir ein R! R! Gebt mir ein N! N! Gebt mir ein S! S! Gebt mir ein A! A! Gebt mir ein X! X! Und was heißt das? Keine Ahnung. Hat nicht mitgeschrieben. Nein, du Idiot. Das heißt Lernsax. Das ist so eine Website, wo ihr Nachrichten und E-Mails und so verschicken könnt. Cool. Das muss ich mir auch mal anschauen. Yeah, doch kein Facebook. Lernsax. Die Plattform für den modernen Unterricht. Unterhalten Sie sich mit Ihren Schülern, schicken Sie ihnen Hausaufgaben oder stellen Sie gemeinsam einen Blog her. Lernsax. Die sichere Plattform für Schulen in Sachsen. Jetzt informieren, ausprobieren und zu dieser Karte gehören. www.lernsax.de Lernsax. Toll. Es gibt rund 49 Millionen Milchkühe in Sachsen. Und das passiert, wenn wir nicht mehr Milchprodukte kaufen. Genau. Denn für einen Liter Milch bekommt ein Bauern nur 23 Cent. Das ist weniger als für einen Liter Wasser. Und wenn die Bauern kein Geld mehr haben? Tja, dann kriegen die Kühe ein neues Zuhause. Den Kühlschrank. Und wenn die Kühe im Gehüllschrank, im Gefrierschrank landen, dann können sie keine Milch mehr geben. Und das wäre echt schade, da Milch doch so viele wichtige Nährstoffe für unseren Körper hat. Zum Beispiel Proteine, Kohlenhydrate und viele andere Vitamine. In Milch gibt es auch Phosphor und Calcium. Viele andere Mineralstoffe. Deshalb kauft man Milchprodukte von Bauern aus der Region. Zum Beispiel Käse, Sahne und Joghurt. Genau. Denn wenn der Bauer mehr Geld bekommt, kann er sich besser um seine Kühe kümmern. Und dadurch gibt es auch mehr Milch. Mehr Geld. Zufriede Bauern. Glückliche Kühe. Leckere Milch. Ja, schon nie wieder hat ein Wolf, ein Reh gerissen gehabt. Ja, also ich weiß jetzt leider auch nicht, ob das jetzt so zum Alltag wird hier mit den Kötern. Nach einer Studie der Nina vermehren sich allein in Sachsen die Wölfe um jetzt Reiferes. Rotkäppchen sein ist nicht mehr in. Herzlich Willkommen am Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau. Eine von Sachsens drei Schulen mit MINT-Klassen. MINT steht für mathematisch, informatisch, naturwissenschaftlich, technisch hervorgehobenen Unterricht. Kurzum eine Spezialklasse. Außerdem haben wir eine Astronomie-Kuppel und einen schönen Schulpark. Moderne Biologie- und Chemieräume und bald eine neue Turnhalle machen unsere Schule besonders. Außerdem gibt es hier noch wahre Freundschaften. Besuchen Sie uns auch unter www.gymnasium-löhbau.de eine deutschen Unidos-Kuppel. oder immer über das Lbie. Oder suicide. Und kurz was zuvas, w高 Hübster-Sch officially surh�im. Es gibt ein paar Stunden drie und Tab تckeln. Das ist ja 22 Jahre Zeit. So will uns Jesus und ab Nachhol. Oh ja bisher machen! Vielen Dank.